Musik Weiter geht es mit einer neuen ledrigen Folge Dein Light freut mich, dass du da draußen wieder reingeledert bist Und natürlich auch ein ledriges Dankeschön an all die ledrigen Menschen Die das letzte ledrige Video bewertet haben Mann, ich wollte hier schon seit ungefähr zwei Minuten anmoderieren Aber dauernd kamen neue Zombies Hier war voll die Armee, Leute Hier war so ein ultra krasser Armee Ich hatte keine Ruhe Wirklich null Ruhe Es war mega ätzend Es war die Hölle Es war einfach nur die Hölle Und wir müssen das Wasser aus dem Brunnen probieren Ich will aber nicht Ich weiß nicht Zombie-Wasser ist irgendwie Pfui Das stinkt Das will doch niemand Lady Eine Sache liebe ich Mein Baseballknüppel hier Der Baseballknüppel Noch jemand? Irgendjemand hier auf dem Platz Oder sind alle tot? Woher kommen die immer wieder neu? Ich mein Langsam Müsste ich doch Durch sein mit der Bande Irgendwann Müsste ich doch mal hier die ganze Gegend gesäubert haben What the fuck? Da kommt den Zombies sogar schon das Kotzen Wow Alter Der Kill war Premium, Freunde Der war Premium Das war ein Premium Kill Oh, 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 Vorsicht, Obacht. Langsam wird's unangenehm. Da will man ein bisschen kuscheln mit den Zombies und die müssen direkt wieder alles ernst nehmen, ne? Die einfach keinen Spaß verstehen. So. Lady. Lady, genau, absolut genau. Dürfte ich mal bitte? Dankeschön. Ein wenig Mull. Ein wenig Mull muss sein. Oh Gott, sind die ätzend. Oh, da hätte ich Bock drauf. Wo? Wo? Ach, da drüben. Noch ein Typ. So. Weil dann würde ich ja ganz gerne looten. Alter, Kollege. Übertreibt nicht. Oh, da ist schon wieder jemand Neues, ne? Da ist schon wieder jemand Neues. Ein Bulle. Und Weiber. Und Weiber. Na. Dass ich nie Ruhe hab. Fuck you. Böser Zombie. Ganz, ganz böse. Aber jetzt, Freunde. Ich kann den König schmecken. Da ist schon wieder irgendjemand am Leben. Ah, hier oben. Irgendwo hier oben. Komm schon. Oh, so nah. Wer will denn hier schon wieder meine Konzentration ruinieren? Fuck the police. Nice. So, aber jetzt. Nein. 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 So nah dran. Und trotzdem irgendwie immer so schwierig. Na ja, ein Paladin. Und hier so ein Säbel. Komm schon. König, ein König, ein König. Daddy will König. Daddy braucht König. Daddy dreht durch ohne König. Ein Ritter. Na gut, ein Ritter ist auch... Alter, was ist denn das für einer hier? Irgend so ein Business-Zombie. So ein durchgeknallter Business-Zombie. Holy shit. Die werden immer schlimmer, die Jungs, ne? Es wird immer abgefuckter hier. Yo. Yo. Nice. Also, der Brunnen. Noch einmal hier hin. Oh, nein, 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 nein. Die sind direkt neben mir. Aufstehen. Töten. Baboom. Babadaboom. Er ist hier unantastbar, der Kollege. Och nö. Oh, 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 oh die sind gar nicht so blöd, wie man denkt, ne? Renn, Junge, renn, 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 renn. Was machst du denn hier, Crane? What the fuck? Was tust du hier? So, wir gehen mal zum Bronnen. Genug hier rumgespielt, Freunde. Baderbomb. Boah, da unten ist Loot. Au. Gehen wir alle da drüben hin. Ich will nur looten. Ich will nur looten. Ich will nur den Scheiß hier mitnehmen, Freunde. Och, komm, ich war... Praktisch gesehen, hab ich's gelöst. Alle da hin. Alle da hin. Na, was ist denn? Geh doch da drüben zu den Knallern. Du Idiot. Och, komm, sch... Das gibt's doch nicht. Hier kann man echt nichts looten. Ist das der Brunnen? Becher erhalten, okay. 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 Was für eine... Sau dämliche Mission. Ich will auch nur einen Schluck aus dem Brunnen. Ihr verrückten Zombies. Na, wenigstens levelt man hier mörderisch gut. Okay, ich muss unbedingt... Bam. Ja, einmal das da. Aber ich muss unbedingt... ...mich einreiben mit... Blut. Alles klar. Was ist das? Was ist das? Er macht ein Selfie. Crane. Du, Wahnsinniger. Wie kannst du hier ein Selfie machen? Moment, der Brunnen heilt mich? Alter, wie geil. Nom, 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 nom. Machen wir ein bisschen Damage. Pass mal auf. Hier scheint, heilt der Brunnen mich, oder? Gehen wir hier in Böller hin. Geht mal alle zum Böller. Geht zum Böller. Zum Böller. Und jetzt hier. Kräftiger Schluck. Brunnenwasser und... Okay. Diesmal heile ich mich nicht. Merkwürdig. Ich hätte schwören können, man heilt sich. Okay, nächste Mission. Ich bin gelevelt. Das ist schon mal gut. Wir nehmen uns... Oh, das ist nice. Äh... Bah, 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 bah... Oh, Quarantäne-Zone. Der Büchsenmacher. Ist doch nett. Kann ich ein bisschen... Nein, ich wollte Tarnung. Alter, wie viel Geld haben denn bitte schön hier die Altstadt-Zombies? Fuck off. Ich wollte doch nur eine Tarnung. Ey, hier sind einfach zu viele auf dem Platz. Kann ich irgendwo hier ein bisschen Tarnung haben? Ein bisschen... Hast du ein bisschen Tarnung für mich, Kumpel? Okay. Achtung, 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 Achtung. Oh, komm! Keine Chance. Okay, die geben doch ein bisschen was hier. Zehn. Zehn kriegt man aus einem Brunnen raus. So, jetzt aber hier ein bisschen Tarnung für mich. Go, 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 go. Oh, go, 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 go. Perfekt. Ich will noch einen König. Oh, hier drüben. Yes! Und wir bekommen einen König! Und einen Säbel. Echt jetzt? Nicht dein Ernst, oder? Ich dachte, ich wäre getarnt. Noch mehr Tarnung für mich. Ich brauche noch mehr Tarnung. Eine Doppeltarnung hält besser. So, jetzt will ich noch hier hin. So. Alles klar. Gut. Noch einen kräftigen Schluck hier raus und wir können los. Lady. Bitte einmal die Tarnung. Dankeschön. Ich bin nicht da. Ich bin ein Zombie. Abgelogen. What the fuck is going on? Gib mir noch einen König. Wow! Ich bin getarnt! Du brennender Bastard. Alter! Okay. Gott, geschissen. Wen haben wir hier oben? Was ist schief gelaufen? Ich meine nicht die Seuche. Das war sicher Gott. Nein. Was ist mit Haran passiert? Als sie das Öl entdeckt haben, hieß es, wir würden alle reich werden. Alle. Es hieß, es würde Arbeit geben. Aber die guten Jobs haben Leute gekriegt, die gar nicht aus Haran stammen. Und weiter. Kumpel. Das war's? Das war die Geschichte? Idiot. Das war die Story. Noch einen Versuch hier. Ich bin getarnt, Alter. Okay, noch ein kleines Stück nach unten. So. Und wir bekommen Nix im Grunde. Ein bisschen Geldi für Schweine, aber sonst war's das. Ey, wie die mir nachrennen. Wie die mir hier eiskalt nachrennen. Jetzt hätte ich Free Candy in meiner Hose. Ich will doch nur zum Büchsenmacher. Die Mission interessiert mich. Wow. Wow. Das war ein knappes Ding, Freunde. Was macht denn der hier? Trainiert. Danke. Einmal hier hin. Und dann Gönnung. Ey, schon irgendwie cool, oder? Nom, 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 nom. Alter, heiliges Wasser aus dem heiligen Brunnen. Ähm, nom, 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 nom. Ich will nur ein bisschen geilen Scheiß. Aber die Zombies gehen mir immer auf die Nüsse. Okay, ich dachte schon, jemand wäre hinter mir. Etwas ganz, ganz seltenes. Ich habe Ruhe. Aber leider nicht lange. Und leider finde ich hier auch nicht den Punkt zum knacken. Ah, hier drüben. So nah traf. Oh, come on! Oh, what the f... Wo gehen die hin? Wo gehen die denn hin? Oh, wo? Komm her! Komm, 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 komm! Oh, oh! Ich habe keine Energie. Hallo? Ich habe da eben gerade was gehört. Oder? Da war doch was. Ich habe es auch gehört. Eben gerade habe ich irgendwas da gehört. Ja. Irgendjemand ruft hier um Hilfe. Frauen und Kinder. Das ist doch der alte Frauen- und Kinder-Track. Auf den falle ich noch nicht rein. So, das Ding hier hatten wir direkt neben mir, ne? Jo. Geht nur mit Tarnung. Es geht nur noch mit Tarnung hier. Alles andere geht nicht. Lauf mir hier nicht im Bild rum! Gott, ich kriege hier noch die Krise. Ich kriege hier echt noch die Krise. Die machen mich fertig. Ich will doch nur ein bisschen guten Loot. Damit ich mir Premium-Waffen herstellen kann. Und die hier versauen mir die ganze Nummer. Ja, ein Medikit. Hit und dann Dietrich. So. Meine lieben Zombies. Ein wenig Rücksicht. Ja, jetzt habe ich es schon beinahe geknackt. Jetzt will ich es haben. Jetzt habe ich hier schon so viel Zeit und Materialien reingesteckt. What the fuck? Ich bin so nah dran. Und irgendwie kriege ich es trotzdem nicht. Gibt es doch nicht. Und hinter mir stapeln sich die Zombies. What the fuck? Draufgeschissen jetzt. Ich will das gar nicht haben. Ich wollte es nie. Ich wollte es nie. Gib mir deinen Schnaps, Zombie-Vibe. Wow. Nice. Nice. Ich konnte mich nirgendwo festhalten. Nice. Fucking nice. Ultranice. Jo. Habt ihr Knarren? Kommst du mir nicht davon. Komm mir nicht durch. Sei dein Freikling. Komm runter. Ja, ich will ja. Glaubt mir, Jungs. Ich will ja runterkommen. Die Zombies. Die Zombies, die lassen mich nicht. Oh, wieder was zum Knacken. Ey, ich bin nur am Knacken heute. Nur Knack und Back. Ich benötige unbedingt Premium-Qualitäts-Dietriche. Go, 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 go. Oh. Wieso kann man sich denn... Wo bin ich? Alter, wo bin ich? Wieso kann man sich denn hier nicht festhalten? Der Mann kann an den unmöglichsten Oberflächen klettern. Aber was, was Sinn ergeben würde, wie das hier. Aus irgendeinem Grund nicht. Das hier gibt doch gar keinen Sinn. So, Büchsenmacher. Dann gehen wir mal hinein. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Denn ich könnte eine Büchse brauchen. Ich habe heute erst gesehen, wie viele Menschen noch Dying Light spielen. Unsagbar viele Menschen. Unsagbar viele Menschen. Du liebst mich. War das nicht ein Easter Egg? Irgendwann hasst er mich doch, oder? Hm. Ist mein treuster Fan. Ich habe dich auch lieb, Teddy. Hast du mich irgendwann? Okay, wird schon wütend. Leave me alone. What the fuck? Alter. Alter. Nice. Nice. Nein, 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 nein. Mega, mega nice. Oh no. Dafür brauche ich voll viele Pilze. Aber ich mache mal hier. So eine Nate. Fünf Stück. Kekse. Kekse. Chemikalien. Yes. Perfekt für Kinder, oder? Die haben hier echt gute Sachen. Okay, hier ist Ende. I love you. I love you. Wer sind Sie? Oh oh. Was ist das hier? Kindergarten, Apfel, Birne, Anus mit Onkel Pedoman. Ich bin Crane. Ich suche Rupert. Tust du nicht. Du suchst einen Büchsenmacher. Sein Name interessiert dich nicht. Wenn du meinst. Also. Ich interessiere mich für Waffenmodifikationen. Gehörst du zu Rais? Nein. Das ist schon mal gut. Aber ich muss auf meine Frau Jasmin warten. Vorher kann ich hier nicht weg. Ist sie schon lange fort? Nein, nicht lange. Es wird also wohl dauern, bis sie wiederkommt. Was ist mit diesen Kindern? Sind die Eltern... Tod, hoffe ich. Jeden Tag habe ich Angst, dass eins der Kinder aus dem Fenster blickt und Mama oder Papa die Straße runterschlurfen sieht. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Was hast du ihnen erzählt? Halbwahrheiten. Schwarze Magie bedroht die Stadt und ich bin der gute Zauberer, der sie beschützt. Es ist ein Spiel, das immer weiter geht. Jasmin kann so etwas besser. Verdammt, ich bin Büchsenmacher. Was habe ich mit solchem Magieunfug zu tun? Sieht so aus, als wärst du ziemlich gut. Bin ich nicht. Ein Mädchen hier, Alja, hat Diabetes. Wir haben kein Insulin mehr und ihr Blutzuckerspiegel ist viel zu hoch. Sie ist dehydriert und erschöpft. Jasmin meint, wenn sie nicht bald Insulin kriegt, fällt sie ins Koma und stirbt. Und ich stehe hier mit meinem Zaubererhut und die Kinder erwarten, dass ich sie mit einem Zaubertrank heile. Vielleicht ist es Zeit für die Wahrheit. Es gibt keine gute Magie. Nur schwarze. Easy, Rupert. In der Stadt gibt's ne Apotheke. Vielleicht find ich dort ja Insulin. Ehrlich jetzt? Mann, wenn du dich darum kümmern könntest, wär ich dir ewig dankbar. Ich hab ein Funkgerät. Sobald meine Frau zurückkommt, geh ich für eine Weile nach Hause. Ich sag dir dann vorher Bescheid. Klingt irgendwie voll dirty. Alter, was hat er den Kindern gegeben? Alter! Ich hab Zombies gesehen, die waren hübscher als du, kleiner Junge. Ich bin ein Mädchen. Du bist ein Mädchen? Ja. Alles klar. Alles klar. Und was hat der hier? Ich brauch Drogen. Ich brauch Drogen. Ich bin ein Pinguin. Okay, du bist ein Mädchen und das hier ist ein Pinguin. In welchen Zeiten wir nur leben. Die armen Kinder sind komplett geisteskrank. Insulin, so, so. Na gut, dann Insulin. Holen wir ein wenig Insulin. Der Heiltrank. Oh, Regen. Total selten, oder? Regen. Long time ago. Wo denn? Uff, so weit weg. Und eins ist doch relativ nah. Äh, warte mal. Gehe ich jetzt zu dem weit weg? Dann gehen wir erstmal zu dem weit weg Ding. Far, far away. Alter, alter. Sucht euch Hobbys. Ja. Ey, das gibt es doch nicht. Ihr rutschiges Weibvolk. Oh, fuck you. Da unten ist ein Rammer. Ey. Was ist los? Apotheker. Da müssen wir hin. Moment, da hinten braucht irgendjemand Hilfe oder so. Oh Gott. Was? Was ist deine verfaulten Finger von mir? What? Wo geht der denn hin? Du Arschloch, stirb! So, Problem gelöst. Easy, Kumpel, easy, easy. Was noch? Mit meiner Belohnung. Kann ich meine Belohnung? Ey, yo! Yo! Oh Gott! Müssen wir jetzt hier alle Zombies töten für meine Drecks-Fucking-Belohnung. Achtung! So, jetzt kommen alle. Geil! Meine Belohnung kann ich mal sowas von vergessen. Oh, der Typ holt sich jetzt noch andere, oder was? Hey, Kumpel! Du stehst nur hier rum! Belohnung! Nee, nee. Okay, der eine ist tot. Ist er doch nicht. Komm schon! Kriege ich jetzt endlich meine Belohnung! Nee! Nee, vergiss es. Ich werde keine Belohnung kriegen. Ich werde keine kriegen, Freunde. Die metzeln jetzt hier so lange rum. Bis sie alles getötet haben. Wir haben halt oft gute Sachen. Diese stinkenden Penner. Draufgeschissen. Ich hole jetzt hier das Insulin. Ich habe nicht ewig Zeit für sowas. Wie oft ich heute sage, draufgeschissen. Weil irgendwie nichts klappt. Es funktioniert einfach gar nichts. Wie komme ich da rein? Hier drüben. Okay, jetzt auf einmal ist er fertig. Oh, no. Oh, no. Der wird alle weiße aus der Umgebung anlocken. Oh, no. Wow. Und Insulin? Äh... Einfach. Okay, da müssen wir rein. Alter, der eine ist hier immer noch am Metzeln. Ihr habt meine Belohnung! Habt ihr ihn getötet? Ach, ihr Wichser! Er wollte mich gerade belohnen. Wo ist er? Weiß niemand. Shit. Irgendwas explodiert hier. Ich suche doch nur Insulin! Insulin? Alkohol. What the fuck? What the... Habe ich alles... Ne, hier ist noch ein Kühlschrank. Alter! Alter! Nicht mein Tag heute! Bitte ganz schnell an den Kühlschrank! Go! Nichts, oder? Ne. Kein Insulin hier. Es war so klar, dass hier gar nichts drin ist. All der Ärger umsonst. Egal, das andere ist ja ein bisschen näher zum Glück. Er ist allein, er ist allein, er hat keine Chance. Paddelmann ist am Start! Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein... Was ist der andere Typ? So, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch! Ich habe für sowas keine Zeit. Danke, Fremder, vielen Dank. Die hätten mich zu bereit geschlagen. Gut. Belohnung. Ein König! So, wo ist deine Knarre? Danke. Na, wenigstens hat er hier noch einen König bekommen, der arme Buh. Moment, hier bin ich in einem... ...Safe-Haus-Gebiet. Ich habe keine Medi-Kids. ...und hänge hier irgendwo fest. Keine Medi-Kids. Keine Medi-Kids. Ich will noch die Apotheke. Ich will die noch haben. Ey, heute war ich nur am Töten. Na, hier hoch. Okay, wo ist die Apotheke? Irgendwo hier. Hey, sieh mal da vorne! Drüben! What the... What the fuck? Toll, ich bin... ...Rip! Warum? Warum sind hier so viele? Was ist das hier für eine heiß-begehrte Apotheke? Holy shit! Holy... Shit! Holy shit, ein Fußball! Es wird dunkel, es wird... Es wird dunkel! Ich will doch nur meinen shit. Okay. Okay, 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 okay. Insulin. Ins-o-fucking-lean. Ich seh kein Insulin. Ja, und nun? Troy, hörst du mich? Hier ist Crane. Ja, Crane? Was gibt es? In der Tagesstätte Zauberfestung sind noch Kinder. Hast du das gewusst? Höre ich zum ersten Mal. Wir haben sie für leer gehalten. Brauchen sie Hilfe? Zauberfestung, oh Gott. Ich denke schon, ja. Es wird dauern, bis jemand dort ist. Verstanden. Ich werde bis dahein warten. Hey, hör mal, ich brauche Insulin. Ich bin in der Apotheke, aber da ist nichts. Möchtest du vielleicht schauen, ob die Computer funktionieren? Da müssten Leute inklusive Anschrift gespeichert sein, die zuletzt Insulin gekauft haben. Danke, Troy. Ende. Äh, Computer. Computer hier drüben. Rupert, hier ist Crane. War leider Fehlanzeiger. Verdammt, Alja musste sie schon hinlegen. Es geht ihr wirklich schlecht. Uns läuft die Zeit davon. Aber hier ist ein Beleg über eine große Menge Insulin, die an ein Ekrem-Bosskurt verkauft wurde. Sagt dir das was? Ekrem ist Aljas Vater. Vielleicht hat er das Insulin zu Hause gelassen. Ihre Adresse sollte auf dem Rezept stehen. Gut, ich seh mich dort mal um. Gut, dann, dann, mal hier drüben hin. Okay. Ohne Flaks. Ah, das tut gut. So, wo war das jetzt, wo ich das gesehen, h, 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 habe. Moment. Ich habe eben gerade den Eingang gesehen da rein. Der geht garantiert nicht, oder? Nö. Ich hab doch eben gerade Einen Eingang gesehen Ach Der war im Tunnel drin Easy, easy, easy No, mal einen Schluck trinken Äh, Moment What? Hier Was? Echt jetzt? Medi-Cats Seht ihr nicht, dass ich gerade beschäftigt bin mit Sterben? Na also, geht doch Okay, das Kindermädchen ist tot In so fucking lean Herr Rika, ich fahr zur Apotheke, um Alias Medizin zu holen Dann zur Pizzeria Fahrrad Danach hol ich Alia von der Tagesstätte ab Es sind etwa um 18 Uhr zum Essen zu Hause Ich liebe dich, Eckren Er ist also zur Apotheke, hat seine Tochter aber nie abgeholt Rupert, wo ist die Pizzeria Fahrrad? Was? Such die Adresse raus Oh, jetzt muss ich auch noch zu einer Pizzeria Mitten bei Nacht Alter, ist das alles, ne? Das ist alles doch ziemlich unangenehm hier Wo geht's raus? Kann man hier durch? Ne Ne Total verwirrend Was ist das für ein Haus? Oh Das nehmen wir noch mit Nehmen wir ja gar keine Fenster hier Ah, hier drüben Okay, hier geht's raus Das war jetzt nicht so intelligent Aber ich hab mir einen Sturz noch aufhalten können Geil Jetzt kann ich hier mit den Dämonen rumrennen Wow 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 Ich bin da Rein in die Pizzeria Okay, die ist winzig klein Ich tarn mich mal Go, 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 go Ich bin getarnt Offiziell getarnt Toll, wo soll'n der Scheiß sein? Wo soll'n der Scheiß sein? Vielleicht hier drin Achtung Kumpel Ich will keinen Ärger Gott, für die Folge hab ich zigtausend Likes verdient Im Müll Kann man nicht öffnen Hä? Ah Leiche hier drüben Okay 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 Okay, liebe Kinder Okay, liebe Kinder Wir haben's hinbekommen Bis zum nächsten Mal Oh shit Und Tschüss Tschüss Ros Tschüss Tschüss Tschüss